Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring, Grab des heroischen Riesentöters. Ja, im letzten Part haben wir noch hier diese Tür da geöffnet, haben da so ein Feuerresi-Buff-Zauber, Glaubenszauber, wie auch immer, gefunden. Ist vielleicht ganz interessant, Richtung Endboss hier in dem Gebiet. Eventuell finden wir ja, weil da kommt irgendwie ein Feuerriese oder sowas, wenn ich da richtig informiert bin. Und eventuell finden wir ja hier nochmal was in dieser Richtung, wo es geht denn mit dem ab, was uns gegen den Boss hier helfen könnte. Haben die wahnsinnige Augen, die Typen da oder was soll da da? Ne, die haben einfach eine Maske an die rumglitzert oder sowas, keine Ahnung. Feuermönch, Stulpen können wir hier also auch farmen, den Kram von denen. Boah, an das da Ding kann ich mich gar nicht erinnern, habe ich noch nie was davon mitbekommen. Was hier abgeht. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, gerne in die Kommentare, wie so die Soundqualität meines Einsprechens hier ist. Weil, ähm, jo. Da hat sich leider Gottes ein bisschen technisch was verschoben bei mir. Oh, wieder so eine Mechanik. Okay. Wir müssen Katzen... Oh. Wir müssen alle Gegner da hinten reinlocken. Sollten wir, oder? In das Licht. Also wieder so eine Schatten-Licht-Mechanik. Und jetzt kommt hier die Boss, oder was? Also das Ding da. So, komm mal da hinten hin. Ich muss hier noch ganz kurz deine Kumpelsblatt machen, die eben noch sichtbar waren. Die jetzt... Ah, doch. Jetzt sind sie wieder da. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr da sind. Aber da sind sie doch. So. Werde sichtbar. Genau. Sehr schön. Katzen-Ding. So, Pfarrer ohne ein Ding, wie auch immer. Und dann geht hier irgendwo eine Tür auf, wenn ich dich weggemacht habe. Kann man dich eigentlich stackern? Jo, ich glaube, das ist die Frage, habe ich mich schon mal gestellt, oder? Waren die nur im Licht angreifbar? Weiß ich schon gar nicht mehr. Die hauen aber auch einen Schaden raus, die Biester, ne? Wahnsinn. Ah, da wäre es weitergegangen. Da links. Was ist da mit dir? Da macht er einfach mal Eis. Ach so, und richtig... Jo. Wendet dann auch immer noch die Angriffsrichtung schön mit. So, komm. Was ist dann? Gut, alles klar. Hier ist ein Argument. Ah, sehr schön. Die kann man stackern. Wunderbar. So, da guckt er blöd. Und stirbt. Und gibt mir einen Schlüssel, oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ne, macht er nicht. Okay, alles klar. Da haben wir nur uns den Weg sinnlos freigekämpft. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ah, hier kann ich gemütlich runtergehen. Oben links könnte ich auch weitergehen. Ich hätte mir das Spiel mal lauter stellen sollen, weil ich höre gar nichts, wollte ich gerade sagen. Traumhaft. Ne, kommt mal mit, Jungs. Ach, das da nervt ja schon. Eigentlich ist das hier so ein Run-Dungeon, oder? Einfach durchlaufen. Das ist wahrscheinlich sogar mit das Sinnvollste hier. Oder halt die, ja gut, man kann die Gegner auch kontrolliert immer wieder hier ins Licht ziehen. Ja, das geht halt auch. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob man mich gut hört. Ich gehe mal stark davon aus, wenn ich da den Ausschlag des Mikrofonpegels richtig erkenne. Erkenne. Feuer, beschütze mich. So, was geht hier ab? Eine Blume. Eine Blume geht ab. Und ein Grabpfeilchen. Bin ich voll aufgeladen. Das hier geht schief, oder? Es geht schief, es geht schief, es geht schief. Das war so klar. Das war so klar. Also Leute, mittlerweile kenne ich euer Game. So, bist du irgendwann gestackert danach, oder? Yo. Also langsam kennt man auch seine Waffen. Wann da ungefähr ein Stacker-Effekt eintreten könnte. So, wunderschön. Geht auch nichts. Also wenn ich es bis zur nächsten Folge überlebe, dann mache ich auf jeden Fall hier lautstärke höher. Da fährt das Ding runter. Oh. Das da oben könnte interessant sein, oder? Jetzt fährt es aber wieder hoch. Ja, super. Keine Ahnung. Da oben komme ich ja jetzt nicht so ein... Was ist denn jetzt? Nur weil ich dagegen gesprungen bin. Willst du mich verarschen? Hm. Naja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Vielleicht auch von oben drauf springen, oder ist wieder so ein Weg zurück, oder was auch immer. Auf jeden Fall interessant, ähm, ein, äh, wie soll ich sagen, riskantes Manöver mit so vielen Runen hier durch die Gegend zu brettern. Weil ein bisschen Runen haben wir ja am Sack. So, hier einmal den, zweimal normal nachschlagen, dann kommt das Stacker-Effekt, genau. Gegen diese mittelgroße Gegner ist das meistens so. So, wunderschön. Und dann kriegen wir 1200 XP. Und mit viel, viel Glück hätten wir auch irgendwie... Ah. Ah. Krass. Waffe voraus. Aber Zeit für dies heller Ort. Okay. Ja, können wir machen. Da könnte man wieder runterspringen auf die Falle. Da müsste das ja sein mit dem Loch da, ne? Ja, jetzt kommt nämlich... Ah, hier sind irgendwie die Riesen da am Start. Ah. Moment mal. Hier ist ja so ein heller Ort, wenn die Falle oben ist, oder was? Was soll das? Keine Ahnung. Vorsicht vor oben. Das war klar, da kommt jetzt was. Ich möchte mir eigentlich... Oh, und da rechts, da rechts. Ich sehe es doch. Ja, ja, nee, hallo. Aha, Schädelkerzen. Oh, 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 was geht denn hier ab? So, ganz kurz machen wir den hier. Schädelkerzenständer. Ist das jetzt hier ein heller Ort? Muss ich da auf die Falle drauf springen? Was wollen die da vor mir? Gucken wir noch mal. War natürlich alles so gewollt. Genau so. So. Oh, da geht die Falle wieder runter. Das ist nicht so gut. Ah, die... Nee, Moment mal. Die waren ja eigentlich schon... ...aktiviert zum Sterben, ne? Wenn die Gegner jetzt die Falle nicht auslösen, ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Ja, die Waffe da gefunden. Und die Gegner sind ja alle schon von Helligkeit markiert, sozusagen. Dann sterbt bitte. Und wir hätten den nächsten Spot, wo wir halt mal hinlaufen könnten, rein theoretisch, um irgendwelche starken Gegner... ...halt hier zu markieren. Mit Helligkeit markieren. Ja gut, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Gucken wir hier noch die Pflanzen an. Boah, ich muss noch einen Kaffee trinken. Bei mir geht gar nichts. So, und da können wir uns noch die Waffe da anschauen. Also die Kammer hier, da scheint wohl nichts mehr zu sein. Wirkt mal so. Sehr toll. Wunderbar. So, gehen wir mal weiter. Beziehungsweise gucken wir uns die Waffe an. Ich bin gespannt. Äh, Erhaltreihenfolge. Und dann, äh, den hier. Schädelkerzenständer, ein Kriegshammer, Schlag, ähm, Sturm der Gläubigen, äh, kein Kriegsaschen-Slot drauf, körperlich und Feuerschaden, Glauben und Stärke, jo. Ein Kerzenständer, der der Jünger von Birak, dem heiligsten Feuermönch, äh, Brelaten der Flamme der Riesen, bekümmert, ähm, über den Stolz und die Ruchlosigkeit, mit der die Mönche ihre Flamme führten, dann trennte Birak selbst seinen Kopf ab, um den anderen eine Lektion zu erteilen. Sein Glaube ist immer noch nicht erloschen und so lotert die Flamme noch heute, äh, in dem Schädel. Ach, jetzt erkenne ich das überhaupt mal, dass das so ein Schädel, also genau so ein Helm ist, den wir gerade tragen. Einzigartiges Talent, Sturm der Gläubigen, entfacht das Feuer von Biraks Glauben im Schädel und haltet ihn hoch, um einen Feuerregen in der Umgebung zu entfachen. Durch weitere Eingaben hebt ihr den Schädel immer wieder und setzt den Angriff fort. Ach, krass, das wirkt dann so ähnlich wie, äh, hier unser Speer, den wir immer genutzt haben. Da Moquins Speer, oder wie der hieß. Heiliger Speer oder so, ne. Werde ich ja auch wieder testen. Oder wieder nutzen. Schön, gut. Klingt nice. Was ist hier vorne los? Hab ich jetzt irgendwas schon übersehen oder so? Naja, bis jetzt ist es relativ linear, oder? Hätte ich behauptet. Jetzt kommen wir halt runter. Mir fehlen hier die Fallen. Was ist denn mit den Fallen? Also hier diese Fallenfahrzeuge, diese, jo, Viecher da. Die Wägen. Kommen die jetzt, oder was? Also ich hab keinen Bock drauf, so ist es nicht, aber... Hm. Hm, 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 hm. Oh. Und was passiert wohl jetzt? Jetzt kommt der Wagen, oder wat? Okay, ne, ein Riese, den wir wahrscheinlich hierhin irgendwann mal locken müssen, wenn wir hier Licht aktiviert haben, oder so. Da unten ist wohl kein Licht. Naja. So irgendwie wird's wohl laufen. Gehen wir mal weiter. Hm, ja, da gehen wir mal hier hoch. Was war das hier? Achso, da kann ich den Fahrstuhl wieder rufen. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Ach, hier komm ich gar nicht hoch. Okay, das ist ein Argument. Äh, übersehe ich gerade was? Nö, ne? Äh, da komm ich ja nicht hoch. Ah, da muss ich unten an dem Vorbeirennen irgendwas aktivieren, um ihn dann attackieren zu können später, oder was? Komme ich an ihm vorbei? Hier runterspringen? Möglich, ne? Ja, bleib mal locker. Bleib mal ganz locker. Ah, da ist auch so... Ja, da ist das Tor. Mhm. Das Tor vom Boss, oder? Ja. Okay, da muss ich mal los. Ich muss mal los, Leute. So, gut, alles klar. Wird wohl, wollte ich gerade sagen, die richtige Wahl gewesen sein, wenn da nicht der krasseste Dude auf mich warten würde. Wieder so ein Typ. Kann man die hier auch farmen, oder was? Jo, jo, jo. Bleib mal ganz locker. Hab ich den Hammer da schon? Den hab ich schon, oder? Alter. Alter, hallo. Ich hab noch sechs Heiltränke. Geht klar. Wann bist du eigentlich gestackert? Hm, viel zu früh gedodged. Okay, 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 okay. Jo, jo, klar. Raketenwerfer. Party. Was ist denn mit dem? Oh Gott, ich hab's Timing echt gar nicht mehr drauf hier im Game. Alter. Ich brauch, für jeden Hit brauch ich mittlerweile hier einen Heiltrank. Was macht denn der hier für eine Party, Alter? Ich wollte es aber auch hier stackern anlegen, oder? Aber er wollte einfach nicht. Er wollte einfach nicht. So, jetzt aber jetzt lasse ich mich hitten hier. Genau. Und mach den da und werd dann umgekloppt. Super, schön, super. Ne, wenn's so weiterläuft, wird das heute nix mehr. Och, ey, das ist echt kein Angriffsmuster, was der da macht, ne? Aber ich bin echt kacke. Jetzt kommt das Decker, oder was? Ne, er ist eh down. Boah, ey, Wahnsinn. Egal, wir kriegen's schon hin. Siegel der Riesen, auch schön. Gucken wir noch ganz kurz rein. Äh, Haltreinfolge ist ja noch drin, ist halt ein Siegel. War das für Anrufungen, oder was? Na, Schlag. Heiliges Siegel verstärkt Anrufungen der Flamme der Riesen. Wie kann man das eigentlich unterscheiden, was Flamme der Riesen ist und was sonst was ist? Keine Ahnung. Ein heiliges Siegel, das den einäugigen Gott der Feuerriesen darstellen soll und mit Zöpfen aus rotem Haar geschmückt ist. Oh, sieht schon geil aus, ne? Die Feuermönch-Prelaten verwendeten dieses heilige Siegel als Katalysator, um Anrufungen der Flamme der Riesen zu verstärken. Gut, es kann sein, dass die Zauber generell so sortiert sind oder so. Was kann das sein? Weiß ich nicht. Wo sind die Zauber oder Anrufungen? Gehen wir mal gerade drauf. Hier Gift, bla. Ne, machen wir mal nach Objekttyp. Oben sind die normalen Anrufungen. Dann kommen hier goldene. Ah genau, das könnten die goldene Dinger da sein. Dann kommt hier Drachen oder so. Drachenblitz, kann das sein? So irgendwas in der Richtung. Steht das hier? Drachenblutsoldaten, Drachen, ja Drachen irgendwas. Dann kommen die Feuer. Ja, das sind die Feueranrufungen. Dann kommen diese, der schwarzen Flamme. Genau, das könnte sein. Und dann diese Blutdinger da. Was haben wir noch? Rasende Flamme haben wir hier. Ja, passt. Und dann die Drachen generell. Drachenanrufungen, Drachenkommunion, wie auch immer. So in der Richtung, ne? So irgendwie wird es wohl sein, wenn man diese Verstärkung sich reinzieht. Große Gräbertallilie können wir auch irgendwie noch, ja, so ein Teil von uns da. Mal verbessern. So eine Anrufung, so ein Geist, wie auch immer. Jetzt muss ich halt nur wissen, geht es rechts, links weiter. Wie auch immer. Hier geht es runter, okay. Hm. Runter ist runter, ne? Gehen wir mal hier hoch. Wenn das hochführt. Runter könnte noch so ein kleines Extra-Secret sein. Kein Springen. Ah, hier geht es auch runter. Finger versuchen. Okay. Hm. Nö, dann gehen wir den anderen Weg runter, oder? Eine Leiter ist dann doch angenehmer, als irgendwo hinzuspringen, wo ich gar nicht weiß, was abgeht. So. Vielleicht sind es auch zwei unterschiedliche Orte. Lügner. Vorsicht vor Paar und dann heller Ort suchen. Ja, solange so geht mir auch die Puste aus. Okay. Guten Tag. Naja, traumhaft. Wo wäre ich da jetzt runtergefallen? Komm. Komm, bud, 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 bud. Ich habe nicht mehr viel Heilung. Hallo? Wollte gerade sagen, was geht denn mit dir ab? So, jetzt macht er sein Eisding da. Kann er machen? Aha. Ich bin voll schlau fast. Scheiße. Ja, alles klar. Ah, gut, okay. So durch Konter kann ich ihm schon gut Stagger Damage geben. Ich wollte gerade sagen, der müsste doch schon längst da irgendwie mal, müsste das Ganze nochmal irgendwie treffen. Ordentlich. Komm, mach mal was. Oh, Ausdauer. Ah, unnötig. Ja, ich habe mittendrin ein bisschen zu viel Damage gefressen. Aber mit einem Heildrang schaffen wir auch den anderen, oder? Und dann wird vielleicht irgendwas ausgelöst. Keine Ahnung. Wir können auch nochmal zurück und dann hochklettern oder so. Und dann gucken, wo wir da runterfallen. Ob das wirklich in diese Region führt. Ob wir dadurch, dass wir die zwei jetzt besiegen, so einen Lichtschalter im Hauptraum da auslösen, wo wir dann den Riesen attackieren können. Maybe, ne? Kann sein. Jetzt macht er wieder sein Eisding da. Ja, unnötig. Unnötig. Völlig unnötig. Braucht. So, komm, ich muss nur zweimal kontern. Oder einmal noch. Sehr schön. Ah, da werden wir doch geheilt. Das ist ja der helle Wahnsinn. Schlagen noch einmal nach. Yay. Dann macht er wieder sein Eis. Gott, sind die schwer, oder? Und da werde ich noch getroffen, Alter. Wahnsinn. Jo, jo, jo. Kann man machen. Monty-Style. Jo, ohne Heilung dann halt gleich mal. So, passiert irgendwo irgendwas. Ich höre mal nichts. Gut. Blutfleck berühren. Super. Ah. Ja, was geht hier drin ab? Nix. Auch schön. Nö, haben wir auf jeden Fall super gemacht. Gibt es einfach nochmal eine große Flamme, äh, Quatsch, hier eine große Blümchen, großes Blümchen, oder was? Ah, ne, hier können wir auch wieder Kirche, Leiter suchen, bla. Da können wir vielleicht hoch dann in diesen Hauptraum und dort dann vielleicht das Licht aktivieren, oder so. So, dann ist trotzdem die Frage, wo wäre ich hier als zweites runtergetroppt, ne? Wahrscheinlich auch in den Raum zwischen die beiden, die hätten mich direkt angegriffen, oder so. Nehme ich jetzt mal an. Diese zwei Katzen-ähnlichen Statuen, Viecher da. Lalalala. 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 Kommen wir dort raus, wo ich es erwarte? Oben. Jo. Und jetzt kann ich hier ein Licht aktivieren, oder? Ne. Gräbertallilien. Ne. Echt nicht? Kein Licht aktivieren? Blind? Hier, der Raum vor mir. Muss ich irgendwas anderes machen mit der Falle am Anfang? Ne, oder? Könnte natürlich. Ne. Hat das irgendeinen geografischen Zusammenhang? Das andere Loch, wo ich reinfallen konnte. Hm. Gut, jetzt wird es komplizierter. Habe ich was übersehen? Bestimmt, oder? Oh, ne. Ich bin nochmal verpeilt. Ne. Ich will nicht verpeilt sein. Nein. Jo, ne. Da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich wollte eh Schluss machen. Ich kann vielleicht Off-Cam noch gucken, ob ich gerade irgendwas finde. Irgendwas passiert. Komm, mach das Licht an. Mach das Licht an. Nein. Hier ist bestimmt irgendwann Lichtschalter, oder? Hm. Jo, keine Ahnung. Irgendwas werde ich wohl übersehen haben. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.